Ah, endlich! Jetzt ist der große Augenblick gekommen. Es hat zwar zwei Wochen gedauert, aber endlich hab ich's geschafft. Ich musste durch das Darknet kämpfen, musste hunderte tausend Euro ausgeben und hab einige Straftaten begangen, aber da fand es sich gelohnt, um das verlorene Smosh-Sex-Tape anzugucken. Na dann, gucken wir mal. Ja, da sind Ian und Anthony und wow, die blonde Maus hat geile Titten. Holy shit, Anthony hat einen 20-Zentimeter-Penis. Das ist beeindruckend. Aber die blonde Maus hat auch einiges zu beten. Hui, sind das geile Nippel. Holy shit, der Ian kann sich ja richtig verbiegen, das ist ja ein Schlangenmensch. Ich, ich, ich pausier mal, man sieht sich.